Das Stammesherzogtum Sachsen, auch Altsachsen genannt, war ein frühmittelalterliches Herzogtum zwischen Niederrhein und Unterelbe. Es entstand aus dem Siedlungsgebiet der Sachsen, das zwischen 772 und 804 Etappenweise durch Karl den Großen erobert und in das Frankische Reich eingegliedert wurde. Zum heutigen Freistaat Sachsen hatte das Stammesherzogtum Sachsen keinen territorialen oder historischen Bezug. Ausdehnung und Aufteilung Das Kerngebiet des Herzogtums umfasste links von Elbe und Saale das heutige Niedersachsen und Bremen, die Landesteile Westfalen und Lippe des heutigen Nordrhein-Westfalen und den westlichen Teil Sachsen-Anhalts. Es teilte sich in Westfalen, Engern und Ostfalen. Rechts der Elbe umfasste es im Norden Nordalbingien. Im Nordosten kamen unter Heinrich den Löwen kurzzeitig Teile des heutigen Mecklenburg hinzu. Nach dem Sturz Heinrichs des Löwen kam der östliche Lande steil, zusammen mit dem Titel Dux Saxonier am 13. April 1180 mit der Gelnhäuser Urkunde an Bernhard von Sachsen, den jüngsten Sohn Albrechts des Bären aus dem Geschlecht der Askanier. Auf dem Reichstag von Erfurt im November 1181 erhielt Bernhard neben dem Territorium auch den offiziellen Titel Herzog von Sachsen. Nach Erbteilungen entstanden 1296 die Herzogtümer Sachsen-Lauenburg und Sachsen-Wittenberg. 1356 wurden die Wittenberger Askanier durch die goldenen Bohle Karl C.V. mit der Kurwürde Berlin und damit zu Kurfürsten von Sachsen. Nach dem Aussterben der Askanier im Mannesstamme 1422 ging im Herzogtum und Kurwürde 1423 an die Maisnischen Vertiner und deren Elb hochwärts gelegene Herrschaftsgebiete über. Geschichte In der jüngeren Forschung setzt sich zunehmend die Auffassung durch, dass Stammesherzogtum Sachsen stelle anstatt eines einheitlichen stammesbezogenen Herrschaftsbereiches lediglich eine unklare territoriale Begrifflichkeit dar, konstruiert auf der Grundlage weltlicher Ordnungsvorstellungen des 19. Jahrhunderts. Diese Auffassung beruht auf der Annahme, dass es wohl niemals einen Herzog von Sachsen, sondern nur Herzöge in Sachsen gegeben hat. Nach einer Mitte des 10. Jahrhunderts von Widuk und von Corvaini der geschriebenen Herkunftssage der Sachsen waren diese Von den Franken als Verbündete gegen die Thüringer angeworben, aus Britannien gekommen und zuerst in Hadeln in der nördlichen Spitze des Elbe-Weser-Dreiecks gelandet. Von dort aus habe sich das sächsische Volk nach Süden bis nach Westfalen ausgebreitet. Vermutlich vermischten sich hier Traditionen und bezogen eine mögliche Rückwanderung ein. Nach anderer Überlieferung, die durch Urnenbefunde gestützt wird, eroberten im 5. Jahrhundert Sachsen auch aus dem Elbe-Weser-Dreieck unter der Führung des sagenhaften Brüderpaares Hengist und Horsa Britannien, dass die Römer infolge des Zerfalls ihres Imperiums nicht länger halten konnten. Dies wären die ersten Sachsenführer, deren Namen überliefert sind. Bemerkenswert ist, dass es im Elbe-Weser-Dreieck in der Nähe von Stade den Ort Hasefeld gibt, der im Mittelalter auch Rosenfeld genannt wurde. Damit sind nicht Rosen gemeint, sondern Rosse, sodass der Ort die gleiche Namensbedeutung hat wie Horsa. In Hasefeld, das ab etwa 1000 als Stift- und Klostergrablege der Udonen war, bestand nach der Klosterchronik zuvor ein heidnisches Heiligtum. Vermutlich ein Pferdehain, aus dessen Holz die erste Kirche gebaut wurde. Allerdings liegen konkrete Untersuchungen der Ortsnamenforschung für das Elbe-Weser-Dreieck nach der Sage die Wiege des Stammes nicht vor. Es ist fraglich, ob es vor der Eroberung und Christianisierung durch Karl den Großen in Sachsen schon ein Stammesherzogtum mit einer Person oder gar einer Familie gab, in deren Händen dauerhaft die Führung des ganzen Sachsenstammes lag. Nach Widukind von Kowey war ein Herzog zunächst das, was der Name im Althochdeutschen aussagt. Derjenige, der in Kriegszeiten vor dem Heer zieht. Im Jahr 743 führte der fränkische Hausmeier Karlmann aus dem Geschlecht der Karolinger ein Heer nach Sachsen. Eroberte die Hose Oburg und machte den Sachsen Theoderich Tributpflichtig. Im darauffolgenden Jahr unterwarfen Karlmann und sein Bruder Pippin der Jüngere den Theoderikus Saxo erneut. Ihr Bruder Griffo, mit dem sie um die Herrschaft im Frankenreich kämpften, floh 747 mit seinem Gefolge zu den Sachsen und sammelte ein sächsisches Heer. In diesem Zusammenhang kam es zu den ersten schriftlichen Erwähnungen von Orts- und Flussbezeichnungen, beispielsweise Orheim und Skahanengi. Nebst den dortigen Flüssen Oberkrey und Missaha. Von dort aus eroberte Griffo 748 vorübergehend das Herzogtum Bayern. Nachdem Pepin 750 den letzten Merovinger König Childherich III in ein Kloster gezwungen und sich selbst zum König hatte wählen lassen, führte er 753 erneut einher nach Sachsen. Wobei weder der Anlass noch der sächsische Herrführer bekannt sind. 758 machte König Pepin das Sachsen-Volgtributpflichtig. Seine Söhne Karl der Große und Karl Manni teilten das Reich des Vaters unter sich. Eroberung Sachsens nach dem Tod seines Bruders Karl Mann im Jahre 771 begann Karl der Große 772 mit der Eroberung von Sachsen. Der Ablauf wiederholte sich jahrzehntelang. War Karl der Große siegreich, so unterwarfen sich die Sachsen, versprachen Frieden und Tribut und stellten dafür Geiseln. Vermutlich andere Sippen, die an den Abmachungen nicht beteiligt waren, machten im nächsten Jahr Raubzüge in fränkische Gebiete und stachelten die Auseinandersetzungen wieder an. Teilweise opferte man auch bewusst die Geiseln. Wie Dugend von Corwey berichtet, dass der sächsische Stamm in drei große Teilstämme aufgeteilt war, nämlich die Ostsachsen bzw. Ostfalen, die Engern und die Westfalen. Diese Dreiteilung wird dadurch bestätigt, dass nach den Reichssanalen die Teilstämme unter ihrem jeweiligen Herrführer separate Vereinbarungen trafen. 775 unterwarfen sich an der Ucker zunächst die Ostsachsen unter der Führung von Hasio und stellten Geiseln. In demselben Jahr stellten im Raum Böckeburg die Engern mit ihrem Anführer Bruno nach einer Niederlage gegen Karl den großen Geiseln. Als Karl der Große mit dem Hauptherrangriff zwang er auch die Westfalen, sich zu unterwerfen und Geiseln zu stellen. Auch hier war der Vergeltungsschlag Karls des Großen noch 776 erfolgreich. Er zwang die besiegten Westfalen an der Quelle der Lippe zur Taufe. 777 setzte Karl der Große erstmals einen Reichstag in Sachsen an, nämlich in Paderborn, zu dem er auch die Tributpflichtigen Sachsen vorlud. Widukind erschien nicht, sondern war mit seinem Gefolge zu den Nordmannen geflohen. Es ist nicht ganz sicher, ob damit die Dreisächsischen Gaue in Nordalbingien oder das engrenzende Dänemark gemeint war. Vielleicht war Widukinds Mutter oder Frau eine dänische Prinzessin. 778 bewog Widukind die Sachsen erneut zum Aufstand, der sie bis vor die Tore Kölns führte, aber letztlich wieder scheiterte. 779 überrollte Karl der Große die Westfalen und nahm von den Engern wieder Geiseln. 780 führte er sein Heer von Westfalen aus bis zur Elbe und zwang die Bewohner des Badengaus sowie auch Sachsen nördlich der Elbe zur Taufe. 782 hatte Karl der Große einen Einfall der Slaven in sächsische und thüringische Gebiete gemeldet bekommen. Er schickte seinen Kämmer, seinen Marschall und einen Pfalzgrafen, ein ostfränkisch-sächsisches Heer gegen die Slaven auszuheben. Als seine Legaten erfuhren, dass Widukind die Sachsen erneut zum Aufstand geführt hatte, führten sie ihre ostfränkischen Truppen gegen ihn und erlitten eine vernichtende Niederlage. Die zwei der Legaten und vier Grafen unter ihrem Kommando das Leben kostete. Karl der Große rächte ihren Tod in demselben Jahr mit dem Blutbad bei Pferden an der Aller, bei dem 4500 aufständische Sachsen gerichtet worden sein sollen. Widukind floh wieder zu den Nordmannen. 783 gewann Karl der Große Auseinandersetzungen in Detmold, Paderborn und an der Hase. Er überquerte die Weser und rückte erneut bis zur Elbe vor. 784 bekämpfte Karl der Große die Ostfalen und sein gleichnamiger Sohn die Westfalen. Selbst ein zusätzlicher Winterfeldzug wurde in diesem Jahr nötig. 785 war der Widerstand der Sachsen so weit gebrochen, dass Karl der Große wieder eine Reichsversammlung in Paderborn abhalten und ohne Auseinandersetzungen bis zum Badengau vorrücken konnte. Dort begann er Verhandlungen mit Widukind und dessen Schwager Abi, die sich unter Waffen und Taufen ließen. Beide scheinen Grafschaften zugesagt und erhalten zu haben. Spätestens mit der Taufe Widukinds gehörten die Sachsen jetzt zum Fränkischen Reich und Aufgebot. Direkte Nachrichten über die Führer der sächsischen Abteilungen gibt es nicht. Karl der Große betrieb aber eine Regelheiratspolitik. Als Amtsgrafen in den sächsischen Gauen setzte er sächsische Adliger ein. Die fränkische Frauen erhalten hatten, vermutlich zumindest teilweise ehemalige Geiseln. Den Oberbefehl erhielten Franken, deren Frauen aus vornehmen Sippen der Sachsen stammten. Sächsische Kontingente sind 787, 788, 789 und 791 bezeugt. 793 rieben Sachsen in Rüstringen eine Abteilung unter dem Kommando eines Königsverwandten Graf Theoderich auf. 794 führten Karl der Große und sein Sohn Karl wieder zwei Heere im Zangengriff gegen die Sachsen, die sich daraufhin ergaben. 795 töteten die Sachsen an der Elbe bei Badowig den abodretischen König Vizant, der ein enger Verbündeter Karls des Großen war. Was der Franken-König erfolgreich rechte. 796 brach er einen Feldzug nach Sachsen ergebnislos ab, um im nächsten Jahr das Elbe-Weser-Dreieck zu erobern. 798 begann die Nordalbingier den Aufstand. Die Karl der Große durch den abodretischen Herrführer Drasko und den fränkischen Legaten Eboris in der Schlacht auf dem Sventaner-Feld niederschlagen. ließ. Im nächsten Jahr hielt Karl der Große Hof in Paderborn und schickte seinen Sohn Karl mit der Hälfte des Heers weiter, die Verhältnisse im Badengau weiter zu stabilisieren. 802 schickte er ein sächsisches Heer gegen die weiterhin aufständischen Nordalbingier. Im Sommer 804 beendete er die Sachsenkriege endgültig, indem er im Elbe-Weser-Dreieck und nördlich der Elbe die Aufständischen besiegte und die Überlebenden mit Frau und Kind in das Frankenreich. Deportieren ließ. Nordalbingien überließ er den mit ihm verbündeten Abodreten, da ihm ein weiteres Vorrücken über die Elbe hinaus zu gefährlich erschien. Der Dänenkönig Göttrick hatte sein Aufgebot und seine Flotte bei Schleswig zusammengezogen. Karolingische Amtsträger. Nach den Sachsenkriegen, sicherlich auch schon währenddessen, gab es in Sachsen zunächst Grafen, die vom König oder Kaiser situationsbedingt mit besonderen Befugnissen ausgestattet wurden. Dabei wurden Amtsträger bevorzugt, die einerseits familiäre Bindungen zum Königshaus und andererseits zu den vornehmen sächsischen Sippen hatten. Zumindest zeitweiliger Oberbefehlshaber in Sachsen war des Königs Fetter Waller, der 811 als vornehmster Franke an der Eider den Frieden mit den Dänen beschwor. Wallers Vater Graf Bernhard war ein Sohn Karl Martels und damit ein Onkel Karls des Großen, seine Mutter jedoch eine vornehme Sechsin. Im Rahmen der Auseinandersetzungen mit den Dänen war 809 einem Grafen Ickbert von Kaiser das Kommando über die sächsischen Grafen für einen Vorstoß über die Elbe nach Nordteilbingien gegeben worden, der die fränkische Burg Esesfeld errichten ließ. 811 war ein Graf Ickbert einer der Grafen, die mit Graf Waller für die fränkische Seite Frieden schworen. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um den Grafen Ickbert handelt, welcher nach der Überlieferung aus Sachsen stammte. Die spätere heilige Ida von Herzfeld heiratete und angeblich noch von Karl dem Großen zum Herzog der Sachsen zwischen Rhein und Weser ernannt wurde. Ob Duxigbert Sachse oder doch Franke war, ist umstritten. Die Politik Karls des Großen spricht mehr für die Überlieferung seiner sächsischen Herkunft. Da seine Nachkommen sich karolingischer Herkunft rühmten, wird seine Frau Ida mit Karl dem Großen verwandt gewesen sein. In einer Überlieferung aus 860-877 wird Ickbert als Graf und Herzog bezeichnet. Es ist anzunehmen, dass Graf Ickbert erst nach dem Tode Karls des Großen eine herzogähnliche Stellung zwischen Rhein und Weser dadurch erlangte. Als Graf Waller zusammen mit seinen Brüdern 814 durch Kaiser Ludwig den Frommen gezwungen wurde, Mönch zu werden. Graf Ickbert's Sohn Kobui wird in einer westfränkischen Quelle zweimal als Herzog tituliert. Während in sächsischen Quellen nur seine herausragende Stellung als Graf betont wird. 845 führte er im Auftrag von Ludwig dem Frommen das sächsische Aufgebot gegen die Normanen, die zuvor die Hammerburg erobert hatten. 838 wird in Lehmanns ein Graf Bandsleib als sächsischer Maggraf und Parteigänger Ludwigs des Frommen bezeichnet. Der sein Amt im Stellinger aufstand und mit Ludwigs Tod wieder verloren zu haben scheint. 838 wird in Lehmanns ein Graf Bandsleib als sächsischer Maggraf.